Hi, in diesem Video philosophieren wir ein bisschen über Java und ich nenne dir einige Beweggründe von mir, warum du ab jetzt oder beziehungsweise in 2023 dir mal Java genauer anschauen solltest. Viel Spaß! Grund 1. Ich finde, Java ist eine universelle und gelungene Sprache. Java war mein Einstieg in die Programmierung damals so ungefähr mit 15, 16, allerdings spätestens zu Beginn meiner Ausbildung. Und ich finde, mit Java kann man sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge machen. Man kann sich in allem mal ein bisschen ausprobieren, sei es die Webentwicklung, wo ganz klassisch Java im Backend den Lead hat. Man kann sich aber auch mit Desktop-Anwendungen auseinandersetzen, mit Spieleentwicklung und vielleicht sogar mal die eine oder andere Sache im Internet of Things ausprobieren. Was auch beliebt war, war die Entwicklung von Android-Apps, wobei man da mittlerweile sagen muss, dass da der Fokus der Sprache an sich Richtung Kotlin geht. Es findet aber beides noch auf der Java Virtual Machine statt und an sich teilen die beiden Sprachen sich auch ein gemeinsames Ökosystem. Aber es sind trotzdem unterschiedliche Sprachen. Ich habe damals mit Java Minecraft Plugins geschrieben und fand das wirklich super gut, damit irgendwie Fuß zu fassen, weil man so etwas hatte, an was man direkt programmieren konnte. Und da konnte ich Java direkt irgendwie für einen Use Case für mich direkt anwenden. Java kann mittlerweile auch mehr als nur reine objektorientierte Programmierung. Und es ist nicht mehr so ein Boilerplate-Code, der so krass aufgeplustert ist, wie es vielleicht früher mal war. Java bekommt mit der Zeit immer mehr moderne Features hinzu. Ich meine, die ältesten modernen Features sind jetzt zum Beispiel Lambda-Ausdrücke oder Streams und dergleichen. Aber durch den neuen Release-Zyklus, den Java und das JDK jetzt mit sich bringt, bekommt man viel öfter neue Sprachfeatures, die der Sprache sehr gut tun. Eins muss ich aber sagen, das Mindset von Java-Entwicklern, nenne ich es jetzt mal das, Mindset, ist ein bisschen anderes. Ich finde, bei Java geht es viel darum, robuste Software und robusten Code zu schreiben, der sehr lange hält, quasi das neue Kobold, wenn man es so nennen mag. Mit dem Unterschied, dass es wartbar bleibt. Und da ist es aus meiner Sicht völlig okay, wenn nicht sofort alle neuen Sprachfeatures dazu kommen, wie man es jetzt vielleicht zum Beispiel von JavaScript in Bezug auf Node.js zum Beispiel kennt, wo ständig neue Versionen kommen. Das ist bei Java halt eben nicht so. Grund Nummer zwei, Angebot und Nachfrage. Java ist immer noch eine der beliebtesten Programmiersprachen, die die Welt zu bieten hat, zumindest wenn man dem Tiob-Index im September 2022 Glauben schenken möchte. Dort ist Java nämlich auf Platz drei gelandet. Worauf ich aber hinaus möchte, ist, dass wenn man Java jetzt nicht aus einem Hobby-Standpunkt lernen möchte, weil es halt irgendwie eine interessante Sprache ist, sondern aus Karrieregründen und weil man irgendwie Brot nach Hause bringen muss, dann ist Java tatsächlich eine gute Wahl, weil das Angebot an Jobs und Stellen für Java-Entwickler ist ziemlich groß. Ergo ist die Nachfrage an Java-Entwicklern auch ziemlich groß und beides steigt. Und beides sind eigentlich wunderbare Marktbedingungen, um als Java-Entwickler in einem gut verdienenden Job Fuß zu fassen, gerade bei größeren Konzernen. Und ja, ich weiß, man sollte nicht nur dem Geld hinterher schauen, aber es ist halt nun mal die Realität und man muss gucken, wo man bleibt. Und wenn man gut gucken möchte, wo man bleibt, dann schaut man sich eben mit Java um, weil da die Erfolgschancen tendenziell höher sind. Grund Nummer drei, großes Ökosystem. Java hat ein gigantisches Ökosystem, was Libraries angeht, was Tools angeht, was Frameworks angeht. Das fängt an bei Spring oder bei Quarkus, geht über zu IntelliJ, der wohl besten Entwicklungsentwicklung für Java, hands down, bis hin zu Libraries, die irgendwelche Sachen ermöglichen, wie jetzt zum Beispiel Log4J oder sowas. Was auch direkt zeigt, dass Java einen riesen Impact hat, weil sicherlich habt ihr die Log4J oder die Log4Shell-Schwachstelle mitbekommen, wo man quasi durch diese veraltete Software-Library in Systeme rein konnte und dort quasi Remote-Commands ausführen konnte durch einen einfachen JNDI-Befehl. Und das zeigt jetzt vielleicht auf eine negativere Art und Weise, wie groß ein Java-Impact hat, wie was für ein Java-Impact hat, nee, ich kann nicht reden, wie groß der Impact von Java ist, weil es waren zig Systeme betroffen, sei es AWS, sei es iCloud, sei es irgendwie das belgische Militär oder die Webseite des Bundesfinanzhofs, sehr kuriose Kombi. Was ich damit aber sagen möchte, ist, dass Java in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Branchen eingesetzt wird und in sehr, sehr vielen System-Typen eingesetzt werden kann. Wenn die Leute jetzt nur noch dafür sorgen, dass ihre Updates immer auf dem neuesten Stand sind und sie die neuesten Versionen benutzen, dann wäre alles fein. Aber in dem Fall ist auch schlechte Publicity irgendwie eine Art von Publicity, was einfach nochmal gezeigt hat, dass Java einen riesen Impact auf die Welt hat. Ähnlich wie Kobol, mir kommen irgendwie immer mehr Parallelen, aber an sich ist Java sehr weit verbreitet und ihr habt es gerade gesehen, gerade auch bei größeren Konzernen. Das widme ich aber auch direkt zu meinem nächsten Punkt, weil in diesem Video war das jetzt alles sehr einseitig. Ich habe über gute Vorteile von Java gesprochen, warum ich die Sprache gut finde. Jetzt würde mich mal aus eurer Sicht interessieren, was findet ihr an der Sprache denn nicht so gut? Was sind Dinge, wo ihr sagt, hey, ja Noel, das ist zwar alles schön und gut, aber das sagst du nur, weil du selber Java-Entwickler bist, der Brot nach Hause bringt. Ich habe da eine ganz andere Meinung und würde die gerne mal kundtun. Dann schreibt das gerne unten in die Kommentare. Ich bin gespannt auf den Austausch. Ganz, ganz wichtig, Auswahl der Programmiersprache ist an sich jetzt kein überrationales Thema. Klar, man sucht sich immer das passende Werkzeug für die passende Aufgabe raus. Wenn ich jetzt Java nehme, dann werde ich keine Systeme entwickeln, die eine niedrige Latenz brauchen und direkt mit der Hardware kommunizieren. Da eignen sich andere Sachen besser. Mir ist es einfach nur wichtig, dass in den Kommentaren jetzt nicht so viel persönlich diskutiert wird, wie zum Beispiel Android versus iOS oder so, sondern wir auf einer sachlichen Ebene diskutieren, wann eignet sich welche Sprache, was ist gut an Java, was ist auch vielleicht total schlecht am Sprachdesign per se. Vielleicht sagt ihr doch Objektorientierung, das ist irgendwie nicht so der Holy Grail, wie viele Leute das verkaufen. Darauf bin ich gespannt und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Abonniert gerne diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao!